Okay, ich wag einfach mal den Sprung hier unter. Ja, den Teleport kenne ich schon. Okay, der bringt mich hier hin. Ah ja. Ach stimmt, vorhin stand ich in der Halle und habe mich gefragt, ob wir hier schon mal waren. Oh, Höllenbester, Höllenräuber, Höllenräuber. Die sind mittlerweile eher harmlos geworden. Oh ja, den muss ich kassieren, leider. So, jetzt würde ich dich gern noch loswerden. Den muss ich nicht kassieren. Getwobbt habt ihr. Ah, habt ihr mich jetzt wieder erschreckt? Blöde Schlangenbrot da. Ah, nicht Schlangenbrot, Würmer. Die sind ja fast nicht mal die Mühe wert. Und wir haben sogar was. Ach, aber wieder nichts, was was bringt. So, hier ist noch ein Teleporter. Gut. Was ist hier? Ach so, der Weg nach unten. Ja, ganz ehrlich, den werde ich nachher nehmen. Ah, das führt mich hier hin. Okay. Das ist eine Treppe. Oh je. Oh je. Das sieht unschön aus. Okay, hier ist ein Secret dahinter. Und hier ist ein... Türrätsel. Wow. Gut. Tief fallen kann man. Sehr tief fallen. Okay. Ups. Muss also auf jeden Fall auf die andere Seite kommen. Aha. Stell ich mich irgendwie noch gar nicht mal so ausschlecht an. Ja. Ja. Du brauchst mal extra Heilung, glaube ich. Dann nochmal eine große Heilung für alle. Okay. Nein. Au. 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 Zum Glück habe ich die Gruppenheilung. Nein. Das war auch nicht der richtige Weg. Oder ich muss schnell sein. Nein. Das war es auch nicht. Aber vielleicht schon mal der richtige Ansatz. Äh, nein. Der Ansatz war auch falsch. Mann, warum geht es nicht zu? Also, gucken wir mal. Jetzt mal ein bisschen mit System. Hier geht auf. Hier geht auf. Dann geht da auf. Dann geht da auf. Da geht auf. Da geht auf. Ah ja, ich habe es, glaube ich. So, 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 so. So. Ah, und da hätte ich schnell sein müssen. Okay. Aber ich glaube, das dürfte der Weg sein. Da war ich wieder zu schnell. Da war ich wieder zu schnell. Mhm. Da war ich wieder zu schnell. Nein. Okay, da bin ich zu. Da komme ich doch nicht durch. Also, die beiden da hin. Dann da hin. Dann da vielleicht hin. Nein. Was ist mit hier drüben? Du gehst auf. Du bleibst. Nee. Da boxiere ich mich nur in der Ecke. Okay. Was ist mit hier drüben? Hier geht auf. Dann geht da. Dann da. Dann da. Dann da. Dann da. Hm. Probieren wir es mal hier rüber. Und tschüss. Auch nicht ganz. Also, gleich lasse ich mich nicht entmutigen. Ich hätte da jetzt weiter müssen. hehehe. Ups. Schiss. Ich glaube doch, dass der Mittelgang die richtige Entscheidung ist. Ich glaube doch, dass der Mittelgang die richtige Entscheidung ist. Und dann geht das. Hoppala. Hier geht's zu, ja. Da geht's zu. Dann hier, dann hier, dann da. Das könnte sogar gehen. Mal gucken. Äh, fast. Ich glaube, ich habe das Richtige, den richtigen Weg. Okay. Das hat mich schon mal hier hingebracht zu dem Ring. Hm. Ich nehme ihn einfach mal mit. Ach, hier auch. Speichern mal kurz, weil ich glaube, wir sind da nicht nur nicht fertig. Und klatsch. Und ich habe nicht sehen können, ob da noch was ist oder ob wir fertig sind. Ja, da liegt tatsächlich noch etwas. Vielleicht komme ich doch so rüber. Nein, nicht, wenn ich mich falsch drehe und dann auf die falsche Platte gehe. Und flatsch. Und wieder flatsch gemacht. Hm. Und Schiss runter. Hm. Probieren wir es nochmal hier drüber. Und tschüss. Das war wieder falsch. Weil hier drüber bringt es mir gar nichts, oder? Nee. Hier war ich einfach nur direkt runter. Hä? Oh. Hast dran, hab ich gar nicht gesehen, dass hier unten was liegt. Hm. Hm. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich bin hier richtig, auf dem richtigen Recher. Ah, ich bin falsch. Ja, aber das war fast richtig. Jetzt muss ich es nur nochmal wieder hinkriegen. Und wieder falsch. Aber fast richtig. Fast ist es aber nicht richtig, richtig. Okay, ich darf da nicht rüber gehen. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam raus. Und Abflug. Weißt du was, ist nervös? Wir haben eh zu viele davon. Bingo. Nee, die ist sogar gar nicht mal so schlecht. Für Serika. So, das heißt, wir sind hier fertig. Ich kann mich hier hin porten. Ich kann hier hinlaufen. Den Teleporter nehmen. So, der führt uns hier hin. Da war der kaputte Teleporter. Ich weiß, hier war irgendwo ein... Ja, genau da. Da möchte ich nochmal hin. Wie ging die Nachricht nochmal? Der nächste Schritt ist noch in dieser Kaverne. Aber ist es auch nicht. Du wirst es wissen, wenn du es siehst. Außer du hast es schon gesehen. Ja, irgendwas war mit dieser Luke. Sie funktionierte nicht. Aber... Richtig drauf gekommen bin ich auch nicht. Der Teleport zurück. Das müsste der hier sein. Ja, der führt mich hier hin. Der führt mich da hin. Ja, okay. Und der hier. Durch den Pilzraum. Und ja, langweilig auf die Karte starren. Aber im Augenblick brauche ich eher die Orientierung. Erstmal. So, das führt mich dahin gut. Das führt mich einwegerisch nach hier. Oh, und führt mich sogar gleich hier hin, wo ich hin will. So. Das Einzige, was ich wirklich noch nicht ausprobiert habe, war... Okay, aber was ist aufgegangen? Hier ist nichts mehr. Okay, du führst da hin. Okay.